Mitten auf dem Feld prangt es. Gegen Ende ihrer gemeinsamen Hofwoche bei »Bauer sucht Frau«, hat sich Viehwirt Daniel für seine auserwählte Valentina etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Ein riesengroßes Herz aus Strohballen soll zeigen, was er für sie fühlt. »Bauer sucht Frau«, Hofdame Valentina, Feuerwerk in meinem Herzen. Diesen Moment bei »Bauer sucht Frau« wird Barkeeperin Valentina wohl nicht so schnell vergessen. Als ich auf das Herz zugegangen bin, das war Wahnsinn, erinnert sie sich vor unserer Kamera. Feuerwerk in meinem Herzen, in meinem Körper. Überall hat's gekribbelt. Daniels Überraschung ist offensichtlich ein voller Erfolg. Und sie drückt aus, was er selbst fühlt, denn Valentina hat ihn voll und ganz von sich überzeugt. Auch wenn er sie anfangs ein bisschen für eine »Tussi« hielt, wie er ihr offen gesteht, so habe sie ihm doch das Gegenteil bewiesen. Nicht nur blond und hübsch sei sie, sondern auch noch intelligent, seine Traumfrau eben. Und anpacken kann sie obendrein. »Die Valentina hat mir den Kopf schon hundertmal verdreht«, glaube ich, schwärmt er. Den Bauern scheint Amor also voll getroffen. Wie aber sieht's in Valentina aus? Kann auch sie sich ein Leben mit Daniel vorstellen? »Kirchen«